Hallo Leute, bereits vor einigen Wochen entdeckt ich ein neues Café, das New Grace Coffee & Friends. Und da sitzen wir momentan. Dort geht es nach Pratschow ab und in dieser Richtung zur Petschgassem Road. Das Café liegt direkt im unmittelbaren Bereich der Fußgängerbrücke. Wieder schön angelegt, mit Blumen, alles bepflanzt. Etwas störend birgt der Verkehrslarm, aber ihr werdet durch einen vorzüglichen Café entschädigt. So, schauen wir uns den Außenbereich einmal an. Alles super bepflanzt hier. Toilettenbereich, kleine Stühle mit Tischen. Die Stühle sind übrigens sehr bequem, hätte ich nicht gedacht. Und da sitzt auch Zeug und schlürft ihren Tee weg. Kleiner Wasserfall. Natürlich liegt man sich auch bei der Dekoration des Innenraums wieder etwas einfallen. Mir gefallen diese Cafés besser als diese Franchise-Cafés, die alle stereotyp aussehen. Hier wird schon alles weihnachtlich geschmückt. Und im Inneren, Erdkorn. Die Teils sitzen meistens im Inneren rum. Normalerweise ist die Auswahl an Kuchen größer. Aber wir sind mal wieder zu früh unterwegs. Diverse Kaffeesorten. Das war heute mal wieder ein ziemlich kurzes Video. Aber viele von euch sind ja gerade an diesen kleinen Restaurants oder Cafés interessiert. Deswegen zwischendurch immer mal wieder so ein Video. Ja, das war's auch schon. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal. Bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Ohren steif und lasst es euch gut gehen.